ja nun zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so command and conquer der tiberium konflikt remastered edition auf seiten der not ganz genau liebe leute und wir spielen das addon und wir waren beim letzten mal hier wir haben nur einen tarnpanzer und wir müssen hier die basis rein oh man und wir müssen eigentlich diesen bau hier rausholen allerdings ist das schweres unterfangen ich glaube es ist tatsächlich so ich habe jetzt gerade noch mal geschaut weil das echt komisch war dass wir hier keine tipps gekommen haben ich glaube es echt so wir müssen ja toll so neuer soja nun nicht so wir müssen einfach in die basis rein müssen schnell den bauhof aufbauen das ist ein kacke wirklich müssen schnell den bauhof aufbauen aber so nicht wie habe ich das ja beim letzten mal gemacht und dann mit invasoren die basis einnehmen das wird das wird ein akt das sage ich euch das wird ein akt so also okay gut alles klar wir sollten auch erst mal auf nichts schießen okay scheiße ja das ist ein holpriger start müssen wir mal gucken wie wir das machen so diese scheiß türme das kann doch nicht wahr sein das ist auch immer so lucky jetzt das ist jetzt wirklich lucky wartet mal aber da gibt es doch wartet mal hier kann doch außen rum fahren genau vielleicht gibt es ja einen anderen eingang in die basis ach du scheiße das sieht aber heftig aus hier okay hier gibt es einen anderen eingang wartet mal hier gibt es einen anderen eingang dann speichert das noch mal bis hier ein fünf add-on gut dass ich das gesehen habe so ähm ha schaut euch das an so bam bam und hier ich muss das nämlich hier so kaputt machen damit ich den bauhof hier aufbauen kann heute ich muss den bauhof echt in der basis aufbauen ja bis jetzt noch alles gut ha schaut euch das an wir können ein kraftwerk bauen genau das muss tatsächlich so gemacht werden das kraftwerk das wird eh platt gemacht richtig aber ich kann die hand von not dann bauen richtig und verkaufe das wieder so leute dann kann ich nämlich jetzt verdammt verdammt was zur wartet mal das kann doch nicht sein weil da wer da kann ich einen bauen wartet mal wie funktioniert das denn jetzt ich muss den bauhof wartet mal ich muss da irgendwie mich da durchsliegen jetzt wartet mal weil wenn ich nämlich den bauhof hab kann ich die ein bisschen nach da oben stellen genau so ja dieser bürger so genau da kann ich hier die sachen hier mal platt machen genau so weil diese raketentürme die sind nämlich echt scheiße so aber jetzt kann ich doch den bauhof ein bisschen bewegen nochmal speichern diese mission ist ja heftig so und dann kann ich jetzt ein kraftwerk und namen von noch normalerweise bauen oder konstruktion fertig immer noch nicht ja toll ähm aber wo soll das denn hin das Zeug das ist ich kann es nirgendwo hinbauen ach Leute noch mal laden kurz zum Glück habe ich da gespeichert ähm so ähm aber wenn ich den ja 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 okay gut wartet mal wie funktioniert das denn hier so jetzt müsste es aber passen da fahren die Mammons rum aber das ist okay ja wartet mal ich glaube das ist besser Hand von Not so so dann lauf nur bitte daher und dann hier bau bitte Invasoren diese fucking Raketentürme ne so der macht seine eigene Basisplatz schaut euch das an ich kann ich kann das nicht einnehmen warum kann ich das nicht einnehmen die eigene Energie platt wow Leute ah verdammt okay gut aber so kann man das halt machen hier ne so kann man das machen so dann da kommt dann dieser Turm ne ach leck mich doch scheiße Mann ja gut okay aber der trifft nicht so gut ne aber der trifft halt davor wenn ich den Invasor jetzt nämlich baue gleich ähm reparierst du mal so wenn ich den Invasor nämlich baue dann ist er direkt platt und zack so sehr schön und verkaufen so Hand von Not das ist ernsthaft so bescheuert ey ja ich kann das nirgendwo hinbauen dass es nicht angegriffen wird das geht nicht so ähm mit mit low energy wisst ihr so so ähm ja okay so nein aber irgendwie muss ich doch hier die Energieflap kriegen wartet mal na jetzt kommen die ganzen Einheiten ne wenn ich den Panzer aktiviere kommen die Einheiten ja aber das reicht doch nicht wartet mal die Kohle die reicht dann doch nicht ich brauch doch auch 2000 für ne Raffinerie der hat ja nämlich keine Raffinerie stehen so wartet mal so ähm ja ich muss wahrscheinlich mit Geschütztürmen arbeiten ne mich mit Geschütztürmen hier durchfressen ja das geht nämlich Leute das geht nämlich das geht die Geschütztürme haben tatsächlich eine Chance gegen die Dinger oh mein Gott okay gut dann weiß ich ja jetzt was ich zu tun hab Leute nix mit ihnen was suchen erstmal hier die ähm so ähm oder was war das jetzt korrekt ich weiß es nicht ich glaube ja wartet mal so ähm gut Hand von nein das war glaube ich falsch das war falsch fuck okay Leute aber so könnte es gehen ne so könnte es gehen wenn ich den Bau halt hier noch eins runter ne nein 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 stopp das war falsch so dann hier oben aufbauen genau einmal Kraftwerk so dann muss ich mich erstmal mit Türmen hier versuchen rauszuballern oh man was ein Scheiß ey was eine Scheiß Mission so gut ähm dann ah nein nein das war falsch jetzt äh verdammt so wartet mal vielleicht kriegen wir das noch hin hier so mach doch mal schneller ne ne wartet mal das muss ich nochmal laden ja Leute wir kommen zur schlimmsten Trial and Ever Error Mission die ich hier in Kummerne Conquer erlebt habe was ist das für ein Müll ehrlich na gut ich darf den MBF halt nicht bewegen ne das ist das ist auch so scheiße gestellt hier mit den Gebäuden ehrlich so dann die Hand von Nord so dann das Manneken das stelle ich mal ganz in die Ecke so so ähm zwei Invasoren bitte so ähm dann kann ich da nämlich hier jetzt gleich Türme aufbauen so genau und ein Invasor noch ja oder Türm genau fuck ja gut egal ähm ich habe auf jeden Fall jetzt die Option des Geschützturms so und dann bin ich jetzt mal gespannt wie das jetzt hier ausgeht so oh nein jetzt repariert er das ja endlos Geld habe ich aber nicht Leute ähm pfff wartet mal Hand von Nord so ich habe ich habe eine andere Idee während der Turm da drauf ballert werde ich mir jetzt das ist okay werde ich mir jetzt weitere Invasoren bauen dem seinen Bauhof einnehmen und verticken oder zumindest mal die Energien nehmen genau dem die Energie wegnehmen so genau so Leute okay gut ähm gut das kriegen wir sogar hin wartet mal dann Invasor das schaffst du ne ja sehr schön Leute oh mein Gott okay was zur okay das ist ja eine lustige Mission ey oh man okay dann kannst du das hier verticken und dann würde ich mir jetzt nämlich mit diesem einen Turm den ich da jetzt gleich bauen werde genau 2014 würde ich jetzt diese Dinger da platt machen aber ähm ich brauche noch einen für ich brauche noch einen Sammler ne wartet mal ich kann doch den Bauhof einnehmen ich kann den Bauhof einnehmen und verkaufen so das kann ich machen ja wartet mal ich speichere das mal das sieht doch gut aus was eine Sneaky Mission ey oh man was ein Sneaky Scheiß hier wirklich so dann geht ihr Mannic mal bitte nein wartet mal bevor ihr hier Stress macht ähm gut den habe ich zum Glück noch fertig gekriegt leck mich doch ey Turm ey Mann aber das kriege ich hin hier so aber ich glaube wartet mal für den Bauhof kriege ich wie viel 2,5 ich muss das ausprobieren Leute da bleibt mir gar nichts anderes übrig ich brauche nämlich jetzt die Kohle für den Scheiß Sammler so bau den einen Invasor so wenig wie möglich reparieren hier so wenn ich den sobald ich den Sammler habe ist alles gut Leute und verkaufen ja sehr schön Leute sehr sehr gut sehr schön ich kann eine Raffinerie bauen oh mein Gott ja aber die funktionieren noch wartet mal dann jetzt kommen die Panzer jetzt kommen sie alle an ja ja okay gut dann macht immer das hier glatt so dann nein ja verdammt verdammt jetzt kommt er mit seinen Mammuts an dann habe ich es verkackt leider ähm okay scheiße scheiße oh nein verdammt okay Leute hier muss ich mich echt konzentrieren dauert am besten noch einen Turm so und hier noch die Invasoren genau so dann repariere das halt komm so dann hier und da rein los was so verdammt die Invasoren die müssen echt überleben die müssen echt überleben ey irgendwie muss ich das hinkriegen hier so die müssen das irgendwie überleben so und rein da sehr schön ich hätte jetzt zwar neue Heliport aber ähm nee Leute nein so weiterer Invasor hier ja und dann habe ich gleich keine Kohle mehr ne scheiße oh man Leute so dann der Typ hat keine Energie mehr so das ist schon mal gut das ist schon mal gut wartet mal ich muss mal kurz erstmal niesen so du kannst doch helfen da so sehr schön Leute gut dann kann ich eine Raffinerie bauen wenn diese scheiß Raketentürme dann nicht mehr funktionieren so ähm dann habe ich auch eine Energie ich darf auf jeden Fall da nichts ähm machen so Sammler du gehst mal bitte hier oben hin jawohl dann kann ich mir ja mit den Invasoren ich habe einen Sammler Leute ich glaube das ist auch so gewollt ne dass man hier so sehr schön ähm ich glaube das ist so gewollt ja wartet mal ich baue noch einen Turm ich muss hier gar nicht so viel bauen habe ich das Gefühl ne ich muss mich einfach nur hier einmauern das könnte sehr gut sein so dann Schritt für Schritt hier platt machen ja oh das ist das ist gut jetzt das ist jetzt eine gute Ausgangslage hier umsack ganz genau und die Silos platt machen komm mach die mal platt so ah von innen heraus ja von innen heraus ja gut dann würde ich sagen baue ich mich mal weiter hier ein ich muss gar nicht so viel bauen hier ich muss gar nicht mal so viel bauen ich muss nur genug Türme bauen um diese Einheiten weg zu kriegen das sieht aber gut aus okay sehr gut dann kann ich hier die Maniken nehmen und ähm kurz geguckt habt ob ich das vielleicht einnehmen muss nein nein mach diesen mach diesen äh dieses Radargebäude da platt so Leute dann hat er wieder Energie oh nein komm die Maniken ihr schafft habt geil so Leute sehr schön jetzt geht's ab und jetzt geht's nämlich ab so Leute was so ey was haben die für ne Power die Dinger was haben die Teile für ne Power ey ach die sind Mammuts weg okay das war glaube ich zu früh das war glaube ich zu früh wartet mal okay so okay wow okay das war zu früh das war zu früh Leute alles klar aber ich hab jetzt so eine Taktik gefunden wie man es machen kann ähm ach nee hab ich das ganze nicht abgespeichert ach verdammt ey das kann doch nicht sein so und dann hier oben und dann hier rein so so und du machst mal bitte das da fährst du bitte platt so sehr schön du kannst bitte hier oben reingehen dann hat er keine Energie mehr oh das muss ich ganz dringend verkaufen hier so okay gut dann hier zack so dann kann ich ja jetzt eigentlich den Sammler nochmal was zur was ist denn da jetzt passiert warum scheiß oh man warum hab ich denn da keine Kohle gekriegt gerade aber so funktioniert das halt ne so dann repariert das so funktioniert das okay und dann komm dann und zack so Leute dann bitte noch einen verteidigungsturm hier bauen ach dann ja dann nein doch nicht doch nicht so okay gut nichts passiert hier so weiter geht's und zack und noch ein Türmchen da boah was eine Scheiße wirklich was eine Scheiße so dann würde ich sagen boah ich den jetzt warte mal ich brauche noch einen Invasor hier für die Energie da oben ey das dauert mir so zu lange ganz ehrlich ja Leute diese Folge ist irgendwie lustig ähm so dann hier und zack so ähm wird der Invasor bald mal fertig hier so schnell ja okay sehr schön dann dann hat er nämlich keine Energie mehr so dann hab ich nämlich Energie und dann werd ich meinen Sammler Bauner den hier oben hinschicken ganz genau Leute ja seht ihr das der hat keine Energie mehr so sehr gut echt cool echt gut so alles klar der Sammler der fährt bitte da oben hin richtig Leute so dann würde ich sagen wartet mal wenn ich mir ein Radar baue kann ich ein Obelisken bauen ne wie viel braucht das Radar 1000 ach ne wartet mal ähm 40 nur das kann ich machen das ist kein Problem so ähm sehr schön dann würde ich sagen nutzen wir den Umstand mal aus da würde ich sagen baue ich mir zwei Obelisken hin und dann kann das mal versuchen ey wirklich dann soll das mal versuchen wirklich aber dafür brauche ich ja die männigen Fabrik eigentlich nicht mehr ne wartet mal speichern Mission 5 Add-on ja jawohl zahlen ja der kann deine Ruhe sammeln das ist natürlich sehr gut da kommt er mit allem an was er hat ne wenn ich da einmal schieße wartet mal die Folge die mache ich jetzt noch wartet mal ähm Spielgeschwindigkeit so schneller so das mache ich jetzt noch das will ich nochmal ausprobieren hier tatsächlich keine Kohle mehr aber das ist okay wartet mal dann kann ich doch das hier hin bauen genau Leute und Obelisk geil Leute Obelisk des Lichtes hier zack ich brotter noch nicht mal Panzer nö so Sammler sehr schön du sammlest schön in der Ecke schön damit es auch schnell geht hier so da werde ich nämlich einen Obelisken bauen dann habe ich 165 Energie ne 265 genau dann werde ich nämlich danach dann tatsächlich den ersten Obelisken bauen so Leute dann soll er das gleich nochmal versuchen wobei das dauert jetzt aber ne und die Folge ist schon voll gut Leute dann würde ich sagen wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und dass die Glocke läuten würde mich sehr freuen und wie es hier weiter geht liebe Leute seht ihr wenn wir beim nächsten Mal und ja dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag ne tschüss